Herzlich Willkommen auf der Transportlogistik 2023 in München. Wir kommen hier bei uns am Messestand, Tag 2, fast zu Ende. Was ich sagen kann, kommt doch mal mit rauf auf den Stand. Auch dieses Jahr haben wir wieder viele Neuerungen, beispielsweise unsere intelligente Transport-Suche. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Musik Musik